Artikel Nummer SCP-131 Objektklasse Sicher Sonderverwahrungsverfahren Es sind keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen für SCP-131-A und SCP-131-B notwendig. Sie können sich frei in Standort 19 bewegen, solange sie nicht versuchen, Sperrbereiche zu betreten oder die Anlage zu verlassen. Kontakt mit den Subjekten ist erlaubt, aber es wird empfohlen, diesen Kontakt auf ein Minimum zu beschränken, um zu verhindern, dass die Kreaturen eine Bindung zum Personal aufbauen. Der Aufenthaltsort der Subjekte ist stündlich zu überprüfen. Können die Subjekte nicht aufgefunden werden, stellt dies eine Level-1-Lockdown-Situation dar. Jeder Bericht über Missbrauch oder Misshandlung der Subjekte führt zu einem scharfen Verweis. Beschreibung Bei SCP-131-A und SCP-131-B, vom Personal liebevoll iPods genannt, handelt es sich um ein paar tropfenförmiger, 30 cm großer Kreaturen mit einem einzigen blauen Auge in der Körpermitte. SCP-131-A ist orange und SCP-131-B ist senfgelb. An der Unterseite jeder Kreatur befindet sich ein radförmiger Vorsprung, der die Fortbewegung ermöglicht. Dies deutet darauf hin, dass die Kreaturen biomechanischen Ursprungs sein könnten. Die Subjekte können sich überraschend schnell bewegen und in wenigen Sekunden über 60 Meter zurücklegen. Die Subjekte verfügen jedoch nicht über ein Bremssystem, was zu einigen recht spektakulären, wenn auch nicht übermäßig amüsanten Unfällen mit den Kreaturen geführt hat. Die Subjekte haben auch gezeigt, dass sie in der Lage sind, steile Oberflächen zu erklimmen und haben sich mehr als einmal in den Luftschächten verirrt. Es scheint, dass die Subjekte über die Intelligenz gewöhnlicher Hauskatzen und einer großen Neugier verfügen. Die meiste Zeit rollen sie einfach durch die Einrichtung, beobachten das Personal bei der Arbeit und erhaschen Blicke auf andere, sichere SCPs. Die Subjekte scheinen in der Lage zu sein, miteinander durch ein unübersetzbares, hochfrequentes Gebrabbel zu kommunizieren. Es wurde nie beobachtet, dass die Subjekte blinzeln, auch nicht in Versuchen, in denen die Subjekte 18 Stunden am Stück auf Video aufgenommen wurden. Die Subjekte scheinen auf jede Form der Zuneigung, die ihnen entgegengebracht wird, positiv zu reagieren und werden sich schnell an den Geber dieser Zuneigung binden, ähnlich wie sich ein Welpe an einen Menschen bindet. Sie folgen jedem oder allem, mit dem sie eine Bindung eingegangen sind, überall hin, sogar in normalerweise beschränkte Bereiche. Obwohl sie neugierig sind, können die Subjekte Gefahr in ihrer allgemeinen Umgebung wahrnehmen und wenn das Objekt ihrer Bindung beginnt, sich etwas zu nähern, das sie als gefährlich registrieren, zum Beispiel Objekte der Euclid- oder Ketaklasse, werden sie um die Füße oder die entsprechenden Extremitäten ihres Gefährten schwärmen, während sie in einem panischen Thronfall plappern, als ob sie ihn warnen wollten. Wegen der täglichen Gefahren, denen sich das Personal von Standort 19 im Umgang mit Objekten der Euclid- und Ketaklasse ausgesetzt sieht, wird empfohlen, dass das Personal versuche unterlässt, eine Bindung mit den Subjekten einzugehen, um damit mögliche Ablenkungen bei heiklen Experimenten oder Operationen zu vermeiden und die Subjekte selbst vor Gefahren zu schützen. Siehe Anhang 131-1 Wenn die Subjekte lange genug vom Ziel ihrer Bindung ignoriert werden, verlieren sie schließlich das Interesse und kehren zu ihrem normalen Verhalten zurück. Es ist zu beachten, dass die Subjekte keine wirkliche Pflege oder Wartung durch das Personal vor Ort benötigen. Sie essen nicht, hinterlassen keinen Kot und schlafen nicht einmal. Es scheint, dass sie einzig mit visueller Stimulation versorgt werden müssen, obwohl hierzu noch weitere Studien notwendig sind. SCP-131-A und SCP-131-B wurden 1900 in einem Maisfeld außerhalb von gefunden. Sie wurden umgehend über Daten gelöscht zu Standort 19 transportiert und dann als sicher klassifiziert. Ihnen wurde Zugang zum gesamten Gelände eingeräumt, sobald klar war, dass sie das, was sie beobachten, nicht an feindliche, fremde Mächte weitergeben. Anhang 131-1 Während eines Zwischenfalls, der sich am *** ereignete, folgten die Subjekte einer der Reinigungskräfte bei der routinemäßigen Reinigung der Verwahrung von SCP-173. Nachdem ihre normalen Versuche, die Reinigungskraft vor der Gefahr zu wahren, ignoriert worden waren, stürzten sich die Kreaturen vor ihr und den beiden anderen Abgeordneten Mitarbeitern in den Raum. Als die Mitarbeiter den Raum betreten konnten, konnten sie sehen, wie die Subjekte vor SCP-173 saßen und es aufmerksam beobachteten, ganz so, als wüssten sie, dass es sich nur bewegen kann, wenn es unbeobachtet ist. Die Reinigungskräfte ignorierten die Anwesenheit der Subjekte und fuhren mit der zweiwöchentlichen Reinigung gemäß dem Verwahrungsverfahren fort. Als die Reinigungskräfte den Raum verließen, folgten ihnen die Subjekte, indem sie langsam rückwärts fuhren und dabei nie den Blick von SCP-173 abwendeten. Eine Verwendung von SCP-131-A und SCP-131-B als Aufseher für SCP-173 und vielleicht andere SCPs, die eine ständige Beobachtung erfordern, wie zum Beispiel SCP-689, werden derzeit in Erwägung gezogen. Die Beobachtung ist ein sehr, 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 sehr. Bis zum nächsten Mal.